Dennis, unser Gast im April hier. Wichtigste Frage zuerst, magst du einen Kaffee und wenn ja, wie trinkst du den? Erstmal danke für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf. Und ja, tatsächlich bin ich eigentlich gar nicht so der Kaffeetrinker. Okay. Cappuccino ab und zu mal, früher ein bisschen mehr und sonst eigentlich eher Espresso, aber heute trinke ich mal einen Cappuccino. Darfst ein Cappuccino sein? Alles klar. Danke. Dennis, lass uns gleich ins Thema Fußball einsteigen. Ich habe mir da was notiert, ich kann es mir so schlecht merken. 30 von 31 Spielen gemacht diese Saison, 8 Tore, 4 Vorlagen. Ich würde mal sagen, läuft ganz gut, oder? Ja, kann man so sagen, läuft ganz gut. Das Wichtigste ist ja immer die Mannschaft und das ist natürlich dieses Jahr schon toll, wie die Mannschaft agiert und was sie alles bisher geleistet hat. Und klar, auch für mich persönlich schön, dass man seinen Beitrag leisten kann, dass man mit Toren, Vorlagen und auch nicht nur durch Scorepunkt, auch natürlich durch Leistung einfach der Mannschaft helfen kann. Und ich finde, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg. Und trotzdem muss man auch immer sagen, es geht immer noch mehr. Man kann immer noch was draufpacken. Auch bei mir persönlich hätten auch noch mal ein, zwei, drei Tore mehr sein können. Aber es ist auch kein Wunschkonzert und kann man im Großen und Ganzen schon sagen, dass es ganz gut läuft, würde ich sagen. Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen so deine Vita angeguckt und wir kommen da später noch im Detail drauf. Und da wurdest du ganz oft als Außenverteidiger tituliert. Also das ist jetzt mal nicht deine Rolle, die du jetzt in den Ulm hast. Also hat sich das verändert in den Jahren oder haben die dich einfach irgendwie falsch eingeschätzt in deinen alten Stationen? Ne, tatsächlich war ich schon immer Offensivspieler und bei Bayern München dann war eben die Idee da, dass ich als Linksfuß auch zum Linksverteidiger umgeschult werde, da halt dort eher einfacher ins Profiteam zu kommen ist. Wir haben dort damals David Alaba gehabt und Contento und haben gesagt, das ist die Möglichkeit eben bei den Profis reinzukommen und dort eine Position zu ergattern. Und so wurde das dann gemacht, dass ich umgeschult wurde und bin dann zum Linksverteidiger geworden und habe das dann auch ein paar Jahre gespielt. Immer so ein bisschen im Wechsel. Also ich war schon immer so eher dann als Außenverteidiger aus der Offensiv, was manchen Trainern gefallen hat, manchen eher weniger. Und ja, so ist es dann geworden, dass ich dann links hingespielt habe, dann mal links vorne wieder oder auch im Zentrum und jetzt die letzten Jahre eigentlich eher wieder back to the roots und zurück in der Offensive, was mir auch schon mehr gefällt, denke ich auch. Waren Alaba und Contento auch in deinem Team damals oder waren die damals schon bei den Profis? Mit David Alaba bin ich tatsächlich zusammen ins Internat eingezogen mit 15 Jahren. Und ja, da habe ich uns erst mal kennengelernt. Wir hatten da erst aus Österreich gekommen, ich glaube aus der Wien, ich von Ulm eben nach München. Und da haben wir uns kennengelernt, haben dann die U17 zusammengespielt, U19. Er ist dann aber schon ziemlich früh hochgezogen worden, aber wir haben uns dann schon in den Jahren oft zusammengespielt und viel miteinander zu tun gehabt. So von außen betrachtet ist das ein Vorteil, oder? Also wenn ich so viele Jungs habe, die sich irgendwie mit der Stadt, mit dem Verein identifizieren oder sich schon lange kennen, merkst du es auf dem Platz, also im Vergleich zu den anderen Stationen, ist da in Ulm was anders? Auf jeden Fall, ja. Also ich sehe das schon als großen Vorteil, weil allein wenn man der Mannschaft schaut, ich kenne Joe schon sehr lange, wir haben in der Jugend viel zusammengespielt, sind zusammen in die U17 Bundesliga aufgestiegen. Lute kenne ich schon lange, Tommy Geier, Röschi auch, Grütze hat in Ulm gespielt und es ist schon was Besonderes, wenn so viele Spieler, die hier aus der Gegend auch kommen und die irgendwie, sag ich mal, das Fußballspielen gelernt haben, dann wieder zurückkommen und mit dem Verein dann in der ersten Mannschaft was Besonderes erreichen wollen. Und ich glaube schon, dass es einfach durch die Familie wohnt hier und die Freunde hat man und man kennt viele Leute noch von früher auch, Zeugrat und Betreuer, dass es schon noch mal was Besonderes ist, dass das noch mal, ja, alle ziehen zusammen an einem Strang und geben noch mal mehr für die Heimat, sage ich jetzt mal. Also ich sehe das schon als was Besonderes an. Wie analysiert man so einen Gegner heutzutage? Also dann habt ihr viel so Videostudium, weißt du, wer dir gegenüber steht im Detail? Ja, auf jeden Fall, das wird, das ist ganz wichtig heutzutage, Analysen und dass man weiß, wie du gerade gesagt hast, was kommt auf mich zu, dass man nicht überrascht ist, dass man im Spiel dann steht und sagt, oh, was ist denn jetzt los, wie kommt der Gegner, wie spielt er und da will man eben gut drauf vorbereiten. Man weiß meistens, außer der Gegnersträger hat eine Idee, was für eine Taktik sie spielen, welcher Gegenspieler mir gegenüber steht, was die Stärken sind, was die Schwächen sind und wo natürlich auch dann die Räume auf dem Feld sind, wo man sich anbieten sollte und ja, wie der Erfolg zum Tor zu kommen, am höchsten ist. Auf dem Papier, mal unabhängig von der Liga, sind es deine beiden erfolgreichsten Jahre im Leistungssport, jetzt gerade mit dem Aufstieg und ist dieses Jahr wieder oben dabei? Ja, schwierig zu sagen. Die zwei Jahre waren schon sehr erfolgreich, ja, aber es gibt immer, ich unterscheide es immer an verschiedenen Punkte. Ich habe natürlich, ich sehe das auch als Erfolg, mein erstes Zweitligaspiel mit dem VfA, das war für mich auch natürlich ein ganz besonderer Tag und das vergisst man auch nicht so schnell. Dann natürlich auch gegen Kräuter Fürth eingewechselt worden und ja, mit Bayern München bin ich Meister geworden, das war auch eine besondere Saison, eine besondere Sache und mit Oerdingen den Aufstieg geschafft. Also es gibt immer so mehrere Sachen, die besonders sind, aber klar, der Zusammenhang mit der Heimat jetzt, mit Ulm wieder nach so langer Zeit in Profifußball zurückführen, war schon was ganz Besonderes und aber es gibt mehrere Sachen, die einem einfach im Kopf bleiben. Du bist ja einer der wenigen bei euch mit Auslandserfahrung. Erzähl doch mal. Ja, ich habe nach Aalen, nach der Zweiten- und Drittligasaison bin ich dann nach Österreich gewechselt, zur SV Ried, Oberösterreich, also ein bisschen an der Grenze Deutschland bei Passau und habe dann da eben ein Jahr in Österreich in der ersten Bundesliga gespielt und war auch echt eine tolle Erfahrung, eine tolle Gegend, Lebensqualität in Österreich sehr hoch. Hast du auch in Österreich gewohnt? Ja, in Ried direkt. Ja, das ist wie gesagt nahe Passau zwischen Salzburg und Linz, also auch echt zwei schöne Städte dazwischen. Ried ist ja ein bisschen ländlich, ein bisschen kleiner, aber trotzdem sehr nett gewesen. Wie gesagt, hohe Lebensqualität, Natur, die Leute auch sehr nett, stehen da sehr eng beieinander und ja, das war eine tolle Erfahrung. Am Ende leider nicht so gut geendet, muss man sagen. Ist dann in dem Jahr leider viel passiert. Der Manager, der mich geholt hat, ist entlassen worden. Der Trainer, der mich geholt hat, ist entlassen worden und dann ist man da so ein bisschen, hat man sich neu aufgestellt und war dann leider nicht so erfolgreich und wir sind leider abgestiegen, muss man sagen, was sehr, sehr schade war, weil es mir echt gut gefallen hat. Aber so an sich war das echt eine tolle Erfahrung, die ich auch nicht missen will. Man tut hier in Deutschland ja diese österreichische Liga immer so ein bisschen ab. Okay, ist so eine Land- und Wiesenliga. Wie war das denn? Also es gibt ja immer, man hat früher immer schon, es gab immer so einen, früher war es noch Red Bull Salzburg, die in der Champions League immer, Sturm Graz war es davor noch, die dann immer jedes Spiel auf die Mütze bekommen haben, irgendwie mal 6 oder 7 in der Champions League verloren haben. Wie war, wie ist das Niveau in der Österreichischen Liga jetzt im Vergleich auch zu Deutschland? Ja, da muss man, das muss man schon gut einschätzen können. Das hat da schon ein sehr hohes Gefälle in der Liga. Du hast mit, wie gesagt, Red Bull Salzburg natürlich Champions League Niveau. Das ist echt einfach eine Top-Mannschaft mit Top-Spielern. Wenn ich daran denke, wer da damals mitgespielt hat, Minamino, der jetzt bei Liverpool gespielt hat, Lazzaro, der bei Inter Mailand gespielt hat, Konrad Leimer von Bayern München, Stefan Leiner von Gladbach. Also da waren schon Spieler dabei, die wirklich einen ganz großen Weg eingeschlagen haben und das waren sehr, sehr schwierige Spiele. Da ist man schon hingefahren, da hat man gedacht, puh. Wie gingen die aus? Ja, es ging mal knapp verloren, aber es hat auch mal richtig auf die Mütze gegeben und so ist man da auch manchmal hingefahren, so hoffentlich geht es nicht komplett in die Hose. Aber ja, das war natürlich so wirklich Nummer eins. Auch, wie gesagt, in der Champions League schon gute, in den letzten Jahren gute Ergebnisse erzielt auch. Und dann kam damals Rapid Wien, Austria Wien damals noch. Echt eine gute Mannschaft, ein guter Verein. Sturm Graz, die halt schon ja oberes Zweitliganiveau, vielleicht auch unteres Bundesliganiveau hatten. Ja. Es waren schon echt gute Spiele, ja. Vor allem auch Rapid Wien natürlich richtig schönes Stadion und tolle Fans. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen abgefallen nach den Mannschaften. Da kamen halt dann eher die kleineren Mannschaften, Mattersburg, Alltag, wir auch, SV Riet. Ja, wo ich dann schon eher so sagen würde, oberes Drittliganiveau, unteres Zweitliganiveau. Und so ist halt die Liga. Das ist halt wirklich alles irgendwie dabei. Aber das macht auch ein bisschen aus. Es macht echt Spaß und du musst dich da schon mit sehr guten Mannschaften messen. Und was halt einfach was Besonderes ist, ist in dem Land einfach die erste Liga. Und da ist halt schon ein großer Fokus drauf. Es kamen alle Spiele auf Sky. Meine Eltern konnten das auch alles entspannt schauen. Und in dem Land einfach all eyes auf dieser Liga. Und das macht dann schon richtig Spaß. Lebensqualität in Österreich. Dann ging es, ich sag mal, so ein kleiner Kulturschock, oder? Nach NRW in Ruhrpott. Du bist dann nach Irringen gegangen. Also ich mag den Schlag Mensch dort oben. Ich war dort auch eine Weile. Die haben irgendwie so das Herz auf der Zunge. Aber wir können mir vorstellen, schon etwas ganz anderes vom beschaulichen Ried in den Ruhrpott nach Irringen. Ja, war tatsächlich so. Österreich war eher ländlich. Wie gesagt, Natur, schöne kleine Städte, viele Seen und vor allem im Sommer echt sehr hohe Lebensqualität. Viele Cafés. Die Leute haben es geliebt, im Café zu sitzen und einfach die Sonne zu genießen. Und war eher alles ein bisschen ruhiger, sag ich mal. Und dann Irringen, Krefeld, Ruhrpott war natürlich schon was ganz anderes. Viele Städte beieinander. Ja, bisschen lauter, bisschen museliger alles. Aber trotzdem einfach eine unfassbar schöne Gegend, weil du so viel machen kannst. Du hast so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, ich habe da in Krefeld gewohnt. War natürlich oft in Düsseldorf. Das war in der Nähe. Gladbach war in der Nähe. Dortmund, Gelsenkirchen, alles. Und auch in Holland. Auch in 20 Minuten erreichbar. Das war echt. Also sehr schöne Gegend und die Leute auch sehr nett. Sie leben den Fußball. Das ist so wirklich Thema Nummer eins. Wirklich egal, wo du hinkommst. Jeder ist von irgendeinem Verein Fan und lebt auch für den Verein. Und das ist schon was Besonderes. Irringen ist ja, genauso wie Ulm, auch so ein Traditionsverein. Früher hießen sie, glaube ich, Bayer-Irringen. Da waren die ja sogar in der Bundesliga. Auch so ein Traditionsverein. Und als du damals dort hingegangen bist, da stand ja auch so ein spannendes Projekt in den Startblöcken da oben. Ja, das ist. Irringen ist da gerade von der fünften Liga, von der Oberliga aufgestiegen und ein Investor, Ponomarev, ein russischer Investor, ist dort eingestiegen und ja, hatte eben den Plan, viel Geld zu investieren und den Verein so schnell wie möglich hochzubringen. Das war ganz simpel. Es wurde auch so kommuniziert. Das ist der Plan und das sollten wir schaffen. Und da waren ja auch ein paar Mitspieler, die eine beeindruckende Vita haben, oder? Also da hat ja der ein oder andere Real Madrid oder Dortmund oder so. Du hast sogar mit dem Weltmeister zusammen gespielt. Ja. Vierte Liga war es dann schon so, dass wir auch viele namhafte Spiele schon geholt haben. Wie gesagt, ich bin aus Österreich gekommen, dann vom FSV Frankfurt, Aachen, Chemnitz. Dritte Liga waren die uns also überall, ganz Deutschland, die Spieler geholt und dann in Uerdingen getroffen. Und dann war eben das Ziel ganz klar, wir müssen direkt im ersten Jahr den Aufstieg auch schaffen. Und das haben wir dann geschafft. Und durch den Aufstieg ist natürlich dann nochmal neues Ziel aufgegangen eigentlich und mit neuen Investitionen, dass namhafte Spieler geholt wurden, um dann wieder den direkten Aufstieg in die zweite Liga zu schaffen. Also es war wirklich schon, ja, die Vorgabe, dass eben wir den Durchmarsch machen. Und so wurden auch die Spieler geholt mit Kevin Großkreutz, ein Weltmeister, war natürlich ein ganz dickes Ausrufezeichen. Kevin kennt jeder in Deutschland. Und das war natürlich was Besonderes, was auch die Leute polarisiert hat dann auch sehr, weil die einen lieben es, die anderen hassen es, wenn einfach ein Investor kommt und dann, sag ich mal, sein Geld reinwirft, um schnell hochzukommen. Lass uns nochmal ein bisschen weggehen vom Thema Fußball. Ich würde sagen, dazu wechseln wir mal unsere Location. So, neue Location. Wir sind weg von unserer legendären Couch. Du bist der Erste, der auf unseren neuen legendären Hockern Platz nehmen darf. Perfekt. Premiere. Lass uns ein bisschen weggehen vom Thema Fußball. Dennis Cessa klingt italienisch. Ja, richtig, ja. Mein Opa war Italiener. Leider früh verstorben. Ich habe ihn leider nicht kennenlernen dürfen können. Sehr schade. Aber wir haben noch Verwandte dort, mit denen wir Kontakt haben auf Sardinien, in der Nähe von Cagliari. Sehr schön dort. Und ja, wenn man Dennis Cessa auch richtig aussprechen will, Italienisch heißt Cessa. Okay, muss ich mal am Stadionsprecher sagen. Ja, genau. Aber tatsächlich, wenn ich in Italien bin oder war, auch im Hotel an der Rezeption zum Beispiel haben sie mich immer auf Cessa angesprochen und auf Italienisch, weil das eben ein typisch sardischer Name ist und die direkt gedacht haben, dass ich aus Cagliari komme. Antwortest du auf Italienisch? Sprichst Italienisch? Ich kann ein bisschen Italienisch sprechen, ja. Die letzten Jahre leider nicht mehr so oft dort gewesen, dann ein paar Wörter verlernt, nicht mehr so oft gesprochen. Aber ja, als ich dort war, ich war auch mal über Weihnachten dort und da sitzen ja auch in Italien so klassisch 20 Leute an einem Tisch und alle Wirrwarr durcheinander gesprochen. Aber ich habe alles verstanden, konnte auch mitsprechen, habe dann für meinen Bruder zum Beispiel übersetzt und da war ich schon gut drin. Kannst du das seit Kind oder hast du das irgendwann? Ich habe es mir dann angelernt, ja. Ich habe es ganz normal gelernt mit Lehrern, weil wir hatten durch den frühen Tod von meinem Opa keinen Kontakt mehr richtig nach Italien und ich habe dann irgendwann angefangen Italienisch zu sprechen, zu lernen und habe dann ganz klassisch, wir hatten nur noch eine Adresse im Adressbuch stehen und habe dann einen Brief geschrieben, nach Italien geschickt, dass ich mal gerne wieder Kontakt aufnehmen würde und wie es ausschaut und so ist es dann zustande gekommen. Genug mit Urlaub. Ich habe noch mal ein paar andere Fragen dabei. Frage 1, was denken andere Menschen über dich, was überhaupt nicht stimmt? Dass ich arrogant wäre. Okay, Fußballer-Klischee. Ja, auch und ich habe jetzt schon wirklich von mehreren gehört, dass ich ein bisschen arrogant wirke oder erst einen Eindruck so ein bisschen habe, was eigentlich gar nicht so ist und ja, dass es so was mir direkt einfällt. Kein Bestätigung. Ja, perfekt. Was schätzt du an anderen Menschen? Loyalität und Ehrlichkeit. Also es ist mir schon wichtig, ehrlich zu sein und auch zu einem zu stehen und nicht direkt, wenn irgendwas vorfühlt, direkt weg sein, sondern dass man zusammenhält. Ja. Das ist schon für mich etwas ganz Wichtiges, ja. Ja, okay. Ich habe noch ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen dabei. Pass auf. Lieber auf ein Konzert gehen oder lieber auf eine Sportveranstaltung? Sportveranstaltung. Ganz klar. Was guckst du an? Ich bin ein großer Football-Fan, American Football, ja, und war ich auch schon in Amerika auf dem Spiel, war was ganz besonderes, Eishockey auch. Ja. Finde ich echt cool. So, das sind so meine zwei, ja, Worte, die ich ganz, ganz geil finde. Musikkonzert ist eher nicht so meins. Also, ich war, glaube ich, mal auf einem Daddy Yankee-Konzert irgendwie, aber weiß nicht, nicht so meins. Okay, wir sehen uns also nicht auf einem Pur-Konzert. Nee, wahrscheinlich nicht, außer meine Frau zwingt sich dazu. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Morgenmuffel. Ganz klar, leider. Ja, das ist auch mit den Kindern manchmal, wenn die dann um sechs oder um zehn vor sechs vielleicht sogar manchmal da stehen, boah, da habe ich schon mal kurz schlechte Laune. Okay. Fußballerfrage, Samstag 14 Uhr oder Sonntag 19.30 Uhr? Ja. Die meisten würden jetzt wahrscheinlich sagen 19.30 Uhr, aber ich bin eher Samstag 14 Uhr. Ja. Wenn man dann eine normale Woche hat, läuft alles wie gewohnt und 14 Uhr können meine Kinder kommen. Okay. 19.30 Uhr ist ein bisschen schwierig, da gehen die dann schon ins Bett und 14 Uhr können sie zum Spiel kommen und das ist schon immer schön für mich. Und obwohl flutlich auch als Zuschauer geil ist. Ist geil, klar. Für die Zuschauer und wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, die meisten würden wahrscheinlich 19.30 Uhr sagen, aber für mich ist einfach jetzt mittlerweile so Samstag 14 Uhr, geregelte Woche. Ja. Meine Kinder können kommen, das ist ganz easy. Ja. Und wenn da noch gutes Wetter ist, dann hole ich die Kids noch aufs Feld danach und am besten nach einem Steak und dann ist das perfekt. Okay. Okay, noch vier ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen. Sushi oder Steak? Steak. Ganz klar. Ja, weil? Für mich gibt es nichts Besseres als richtig gutes Fleisch. Okay. Das ist so mein Sinn. Wenn ich mir echt was Gutes tun will, Fleisch mit wirklich guter Qualität, das ist mir wichtig. Okay. Shopping-Tour oder Wandertag? Schwierig. Achtung, Fußballer-Klischee. Ja. Ne, ich bin tatsächlich nicht so der Shopper. Wenn ich was will, dann kaufe ich mir das so ganz straight und hole ich mir das und nicht so lange rumschauen, sondern dann hole ich mir direkt das. Aber ich würde dann doch eher Wandertag irgendwie mit meinem Kids so machen. Meine Frau will eher Shopping-Tour, aber das ist halt das Schlimmste. Verstehe ich. Club oder Couch? Mit 31? Mit 31 eher Couch? Früher schon auf viel Club, muss ich schon sagen. Ich habe in München gelebt, in Düsseldorf. Ja, war ich schon nochmal unterwegs. Und jetzt die Regeneration? Ja, jetzt eher Fokus auf Couch. Nie mehr Musik oder nie mehr Fernsehen? Da muss ich lachen. Habt ihr die Frage von der Mannschaft bekommen oder so? Ne, kommt ein Tipp? Nein, gar nicht. Das ist so die Behauptung in der Mannschaft im Raum, dass ich fernsehsüchtig sei, weil ich schaue ganz gerne mal einen Film oder eine Serie. Aber ja, also da muss ich ganz klar sagen, nie mehr Musik. Okay. Ich schaue echt gerne Filme, Serien und Streaming. Was schaust du? Alles möglich. Also ich bin schon eher so Thriller-mäßig und so und Krimi auch. Und ich schaue schon auch echt sehr viel. Auch Kino? Nee, er hat es schon zu Hause auf der Couch. Und deswegen in der Mannschaft ist so das Gerücht, dass ich da so ein bisschen fernsehsüchtig... Witzig. Ne, wir haben keinen Tipp bekommen. Okay. Letzte Kategorie. Wir fragen immer Kinder, was die so von dir wissen wollen. Die erste Frage kommt von Luke aus Elchingen, fünf Jahre alt. Wie viele Tore schießt du noch? Wie viele Tore schießt du noch? Ja, gute Frage. Jetzt sind es acht und hätten auch schon ein bisschen mehr sein können, muss ich sagen. Aber ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen. Also zweistellig wäre schon so mein Ziel. Will ich auf jeden Fall schaffen. Okay. Genug für den Aufstieg, sage ich jetzt mal. Ja, Hauptsache das Team natürlich ist das Wichtigste. Hauptsache wir gewinnen die Spiele. Aber das wäre schon nochmal was für mich, wo ich so... Frage zwei. Wie hoch kannst du den Ball schießen? Wie hoch kannst du den Ball schießen? Auch eine berechtigte Frage. Ja, eine Frage, ja. Wie hoch kann ich den schießen? Mein Sohn würde jetzt sagen, ich kann richtig hoch schießen. Von dem her... Ja, ich denke schon, dass ich hoch schießen kann. Richtig hoch. Richtig hoch, ja. Klar befriedigende Antwort. So knapp unter die Wolken. Gut. Sehr gut. Was ist dein Lieblingsverein? Was ist dein Lieblingsverein? Muss ja kein Fußballverein sein. Mein Lieblingsverein habe ich gar nicht so krass jetzt einfallen, wo ich jetzt krass supporte. Bayern München ist so mein... Ja, mein Verein gewesen, wo ich als Kind übel supportet habe, wo ich echt immer so mein Lieblingsverein war. Und ja, würde ich schon so sagen, dass Bayern und Ulm natürlich mein Heimatverein und so meine Lieblingsverein sind. Weil Ulm natürlich auch früher mit der Bundesliga so waren schon meine Vorbilder. Also Rössler war ein Riesenvorbild für mich zum Beispiel. Sascha Rössler? Ja, genau. Wo ich immer so aufgeschaut habe und wo ich immer klasse fand. Hast du das damals schon mitbekommen? Also du bist 92er Jahrgang, das war 99, da warst du sechs, sieben Jahre alt. Hast du da schon ein bisschen was mitbekommen? Ja, schon so ein bisschen, ja. Durch meinen Papa auch. Der war auch Trainer in Ulm, Jugendtrainer und auch mal in der ersten kurz. Und wir sind auch eine Fußballfamilie, ein bisschen fußballverrückt. Und deswegen habe ich das schon mitbekommen. Und die Zeiten waren natürlich Wahnsinn. Und da waren das schon meine Vorbilder. Da habe ich noch ein Bild auch. Das hat, glaube ich, der SSV auch letztes Jahr mal gepostet mit Sascha Rössler bei einer Hochzeit. Bin ich auch echt stolz auf das Bild, war irgendwie ein cooles Bild. Und das war schon auch so ein Lieblingsverein von Ulm und Bayern, ja. Gut, und dann hat der Noah sechs Jahre noch ein paar Fragen gestellt. Was ist deine Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau, ja. Blau? Ja. Kann jetzt gar nicht groß sagen warum, aber vielleicht durch die blauen Augen. Okay, blau. Freust du dich in einem Spiel, wenn du viermal das Tor schießt? Freust du dich, wenn du vier Tore schießt in einem Spiel? Klasse Frage. Ich würde es mal gerne schaffen, vier Tore in einem Spiel. Das wäre schon mal der Anfang, ja. Aber wenn ich das schaffen würde, ja, würde ich mich schon sehr freuen. Das wäre schon sehr geil. Da kommt die klassische Frage, die ich auch eurem Keeper schon gestellt habe. Lieber 0-0 oder 4-4? Ich würde da einfach 4-4, glaube ich, nehmen, ja. Er war bei 0-0. Ich würde tatsächlich 4-4, glaube ich, nehmen, ja. Als Zuschauer. Für Zuschauer auch geil. Ja. Ein super Spiel. Ist dann bestimmt hin und her gegangen. Und, ja. Okay. Vorletzte Frage. Welches Tier findest du cool? Welches Tier findest du cool? Ja, ich mag Hunde. Hast du einen Hund? Ja, ich habe zwei zu Hause. Und, was viele nicht denken vielleicht, aber ich mag Schafe. Schafe, okay. Also, ich liebe tatsächlich Schafe, ja. Das ist auch mal so ein Traum von mir. Ich hätte gerne mal Schafe. Cool. Ja, also, ich bin einfach zufrieden. Die beruhigen mich auch so. Die sind so, ja, stehen rum. Die sind zufrieden und flauschig. Ich mag einfach Schafe. Das ist voll mein Ding. Okay, cool. Ja, sagen auch die meisten. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und keine Ahnung, wie kommst du da drauf? Aber, das wäre... Fernsehen und Schafe. Ja, das wäre so echt. Das war so mal in Steimach zum Beispiel. Hat mir ein Kollege so ein kleines Steif-Schaf geschenkt. Weil ich so mitbekommen habe. Wir sind jeden Tag zum Trainingsplatz an einem Schaf. Und das Schafseherde vorbeigefahren. Und ich war voll trainiert. Das war so. Witzig. Ja. Letzte Frage. Was ist dein Glücksbringer? Was ist dein Glücksbringer? Coole Frage, ja. Es ist so, dass ich vorm Spiel tatsächlich nochmal meiner Frau schreibe und meinen Eltern. Okay. Was heißt vorm Spiel? Ja, so eineinhalb Stunden davor. Ja, schreibe ich einfach nochmal kurz, Daumen drücken. Und dann mein Ehering tatsächlich. Und mein Sohn hat mir, Matteo und Elia, die haben mir so ein Band, wie du hast, mit so Perlen selber gemacht. Okay. Mit einem M drin, E und einem I. Okay. Und ja, das ist mein Glücksbringer. Den sehe ich immer an. Das Band und ja, das sind so meine Glücksbringer. Und die sind mir auch echt wichtig. Das brauche ich auch vorm Spiel. Also, wenn das nicht da ist, dann Katastrophe. Okay, verstanden. Und dann sind wir fertig. Dennis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben immer eine Abschlussfrage. Die hieß sonst immer, gibt es jemanden, den du uns empfiehlst, der als nächstes auf die Couch sitzen sollte? Vielleicht wird es ein Hocker zukünftig, vielleicht wieder die Couch. Aber gibt es jemanden aus deiner Mannschaft, den wir im letzten Interview dieser Saison hierher einladen sollten? Ja, ich habe zwei Spieler zur Auswahl. Könnt ihr euch dann ausführen? Also, ich hätte zum einen den Stolli, Lennart Stoll. Der ist schon ein bisschen länger da. Ein bisschen mehr auch jetzt beim SSV schon mitgemacht. Bisschen älter auch. Und dann hätte ich noch auf der anderen Seite so ein bisschen Gegenteil. Den Tom Gahl, junger Spieler. Jetzt ist er frisch gekommen zu der Saison. Und ja, könnt ihr euch entscheiden. Beide ist sehr interessant. Beide coole Typen. Und ich denke, wird eine gute Geschichte bei beiden. Schauen wir mal, wer im Mai Platz nimmt. Genau. Dankeschön, Dennis. Wir sehen uns im Stadion. Viel Glück in den letzten Spielen. Danke, hat echt Spaß gemacht. Danke. Ciao.